Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder Build a Market nach langer Zeit wieder und okay es ist viel dazu gekommen, okay wir sind fast alleine in meinem Server, was gibt es hier so, mhm, ah New Superwalk, ah, okay ich glaube das wird jetzt nicht so lange sein, das Video, weil, oh, Koffiemachin und neunhundert haben wir ja, ja, okay, oh shit, Schilf, Stocke, das brauchen wir, ein Stocke neuem, Upgrades, Workers, kein Money also die Regale sind schon mal voll, Milch hat es so wieder mal nicht, wer kennt es nicht, nein, jetzt ist es im Müllregal ich frag mich, wie der Kaffee aussieht holen wir noch mal das Geld ab hier ist keiner gekommen, okay okay, wie sieht denn das aus so eine Tasse oh mein Gott bt das ist jetzt wohl hoffentlich nons nächste gefährlich btf Was bringt uns der Cash mit dabei? Oha, wie viele! Ja, okay, ich würde sagen, wir kaufen uns nun mal durch. Ich glaube nicht, dass wir das sehr lange hinbekommen, aber ja, so. Für euch haben wir die 1000. Mardetschipons, okay. So, wir haben 1000. Honey Jar Shell. Honigbaum. Alles klar. Okay, wir haben hier Geschenke. Wow, zwei. Was können wir hier machen? Ja, von Liküren. Milch. Was habe ich jetzt schon wieder in der Hand? Oh, neuer Auftrag. Ich bin gespannt, dass das Superwork up so kann. Okay, wir brauchen zweimal. Okay, abliefern. Oh, das liefert sogar automatisch ab. Normalerweise hat man immer draufklicken müssen. Oh, die haben das auch kurz umgeändert. Boah, den Rest kann man wieder wegschmeißen. Also, viel hat sich in dem Spiel jetzt nicht getan. Also, viel können wir hier jetzt nicht machen. Wartet mal, lasst mal ein anderes Spiel gehen. Oh, Airplane Simulator. Eigentlich hätte ich gedacht, dass da viel Neues ist, aber anscheinend nicht. Jetzt habe ich nur ein paar Markets und Superwork. Ich habe zwar jetzt gerade keine Robux. Ach ja, ihr könnt auch meiner Gruppe beitreten. Ach, die habe ich jetzt nicht gezeigt. Egal, am Ende des Videos werde ich euch die Gruppe zeigen. So, wo starten wir? Renninsel? Ja, lasst mal Renninsel. Ach so, ah. Ja, okay, das ist schon klar. International, Prinzessin Juliana, okay. Timbuktu Mali. Uh. Ne, lasst mal ein Hauptflughafen. Können wir da... Also, das ist so ähnlich wie der andere Flugsimulator. Klazen? Okay. Ja, dann lasst mal... Ach so, ah. Ah, okay. Mhm. Äh, was ist denn schneller? Das... Engine aus. Aktiv jetzt. So. Passagiere werden geladen. Gut, Passagiere haben wir schon mal. Äh, was ist unser Auftrag? Ach so, das ist ein Event. Ach so, das ist ein Event. Äh, Reise zu Grönland. Erfahren. Okay. Erfahren. Starten oder Lande kassieren? Okay, ich glaube, wir sollten normal starten. Mal nicht wieder drauf drücken. Okay. Okay, let's go. Mal nicht, Samantha. Okay, ich glaube, wir brauchen schon ein paar Mal. Zweiunddreißig Mal, Noha! Oh, wir bekommen sogar Geld. Und das ist nur eins. Oh, ich dachte gerade, wir fliegen vor. Das kann jetzt ganz schön lang brauchen. Gibt es nicht mehr? Wow, 163. Das ist ja wirklich sehr schnell. Ach ja, falls ihr mehr Malen wie sie oder irgendwas von meinem Kanal sehen wollt, lasst unbedingt ein Like da und ein Abo da. Und das mit Spider-Man-Status. Oh mein Gott, das hat so lang gebraucht. 54 Minuten ist für mich das längste gewesen. Aber es war auch kurz natürlich. Die Shorts werden halt immer besser und brauchen natürlich auch viel länger. Wie lange kocht denn das? 32,2 noch immer? Und checkt natürlich meinen Zweitkanal, Mario Studios Fan, aus. Da lade ich viermal dasselbe Video hoch von mir. Also, ja. Ist halt nur ein zweiter Account für Zuschauer, die was im richtigen, also im Hauptkanal sehen wollen. Weil der ist ja dafür gedacht, dass die Leute halt mal das angucken. Und dann sieht man halt Barbus nur meinen Kanal, weil ich da nur meinen Kanal abonniert hab. Und falls wir die 100 Abonnenten auf diesen neuen Kanal schaffen, bis Oktober endet. Und beim Hauptkanal, also Raffalopigammer, 500. Oder 400. Das geht auch. Und dann, bevor November endet, äh, anfängt, entweder 900 oder 1000. Also, naja. Es wird halt, umso mehr hat man halt hart, umso mehr lockt man halt neue Zuschauer. So nennt man das, glaub's auch. Oh, wir sind ganz schön tief, glaub ich, oder? Ne. Vulkan Palma. Männliche Velana Insel. Togbali Insel. Redang. St. Martin. Timbuktu Mail. Mali. Ach so, wir müssen... Ja, das braucht so lange. Machen wir mal einen Sturzflug. Wuuu. Oha, so bekommt man übelst viel Geld. Oha. Oha. Ähm. Uh. Das war ganz schön knapp. Ähm. Hä, aber das ist doch gerade, oder? Wie kann ich noch runter abstürzen? Oh, ich versteh's einfach nicht. Auf jeden Fall müssen wir auf die Insel. Gut, eigentlich müssen wir eh schon langsamer werden. Naja, obwohl eigentlich nicht weit. Das sieht so... Das sieht gar nicht weit aus, aber das ist übelst weit weit. Da hinten! Da, bei... Diese Rieseninsel haben wir gestartet. Das könnte noch sehr lange brauchen. Außer wir machen die ganze Zeit einen Sturzflug. Oh. Oh, jetzt sind wir gleich da. Aber wie landen wir überhaupt? Ich weiß ja nicht mal, wo die Landebahn ist. Das ist ja mal das andere Problem. Hä, gibt's hier überhaupt einen Flughafen? Sagen wir. Ja, da... Oh mein Gott, ist der klein. Ja, okay, also zum Land wird das sehr schwer. Besonders, wenn wir mal ein großes Flugzeug haben. Also, das werden wir jetzt nicht als Projekt, aber das können wir mal zwischendurch mal aufzocken. Natürlich, die Projekte werden irgendwann nicht mehr aktiv sein. Weil es irgendwann keinen neuen Updates gibt. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Unsere erste Landung. Mit euren Likes und Abos können wir es schaffen. Das funktioniert irgendwie nicht da runter. So. Es ist so verpackt. Uh. Uh. Ja, das ging mal. War jetzt zwar nicht die beste Landung. Aber naja. Take off our landed Sentosa in Isola. Somertag. Okay. Ja gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Lass mir einen Link da und Abo da. Und. Was wir auch noch kurz machen ist. Ähm. Die Gruppe zeige ich euch jetzt. Ähm. Gruppen. Okay, ich bin in sehr viele Gruppen drin. Aber. Hier. Das. Ist meine Gruppe. Und. Hier Avengers und Justice League. Ich habe es für 20 Robux einmal gemacht. Natürlich. Umso mehr wir werden in der Gruppe. Umso günstiger auch. Und gerade sind wir. Äh. Ja. Fünf. Natürlich ein Admin. Ihr kennt ihr. Ähm. Abonniert natürlich auch. James6556. Ist eh. Ich glaube in der Wiederbeschreibung. Gegeben. Und. Was ich jetzt euch auch noch zeige ist. Wartet kurz. Muss ich kurz reingehen. Okay. Ähm. Ja okay. Das funktioniert nicht. Ja gut. Dann sehen wir uns. Oder hören wir uns. Besser gesagt. Morgen wieder. Und. Ja. Bis. Bis. Eine Woche. Bis. Eine Woche. Also. Bin ich noch. So. Halb. Zuhause. Und dann. Bin ich wieder weg. Aber. Natürlich. Bekommt sie die Videos. Wie versprochen. Und. Bis. Nächste Folge. Ciao. Ciao.